hallo ich begrüße euch zu einer neuen folge von fragschuster mein name ist christian schuster und in diesem video beschäftige ich mal mit dem thema fensterheber genau genommen damit dass ihr feststellt dass bei eurem auto die fensterheber nicht mehr so funktionieren wie ihr das erwartet nämlich genau genommen nur der fahrer fensterheber aber alle anderen drei die ihr noch habt die funktionieren nicht und ich möchte euch gerne zeigen was die typischen ursachen sind warum die nicht funktionieren wenn ihr also bei eurem fahrzeug feststellt dass nur der fahrer fensterheber funktioniert nicht aber alle anderen fensterheber dann ist die häufigste und auch einfachste ursache die kindersicherung die befindet sich bei den meisten fahrzeugen hier in der nähe der fensterheber und wird meistens unbewusst gedrückt also zum beispiel wenn ihr die fensterheber bedient habt dass er mit irgendwo hängen bleibt oder aber auch vielleicht beim putzen des fahrzeuges wenn ihr das feststellen wollt ob ihr wo diese taste ist dann ist es immer so ein symbol so ein fensterheber mit einem x drauf und es schaut immer bei jedem autos ein bisschen anders aus wir zeigen euch mal so die gängigsten version jetzt gerade hier in diesem video eingeblendet und wenn ihr dann eben feststellt dass diese taste gedrückt wird dann ist die meistens leicht vertieft wie jetzt zum beispiel bei meinem auto hier ich drücke drauf dann ist also die kindersicherung wieder deaktiviert und dann könnt ihr natürlich von vorne wieder ganz normal eure fensterheber bedienen es gibt aber auch noch einen zweiten klassiker und zwar dass ihr die kindersicherung nicht deaktiviert hat habt aber trotzdem die fensterheber nicht funktionieren das passiert meistens dann wenn ihr zum beispiel neue batterie bekommen habt oder das auto frühst die batterie leer war dann verliert das auto sozusagen den endanschlag der fensterheber und man kann das ganze dann nicht mehr von vorne steuern sondern nur noch von den einzelnen türen aus und da müsstet ihr anders bitte vorgehen ich zeige euch mal wie das geht um die fensterheber zu initialisieren geht bitte zu einer tür von euch drückt hier den fensterheber schalter ganz tief nach unten haltet ihn bis die fensterscheibe komplett unten ist circa zwei sekunden warten dann drückt den schalter nach oben um die fensterscheibe zu schließen wartet wieder haltet ihn noch mal mindestens zwei sekunden und nun ist die fensterscheibe einprogrammiert den vorgang wiederholte jetzt bei allen anderen türen so wenn ihr diese schritte ausgeführt habt dann werdet ihr feststellen dass die fensterheber wieder ganz normal von der fahrerseite aus funktionieren und hierbei handelt es sich wirklich nur um die initialisierung der fensterheber und das kommt eben daher wenn die batterie leer war oder aber zum beispiel eine neue batterie bekommen habt damit bin ich eigentlich auch schon am ende von diesem video angelangt wenn ihr irgendwelche fragen zu dem video habt schreibt uns einfach unten in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst uns doch einfach einen daumen nach oben da wenn euch solche videos oder weitere videos von uns interessieren abonniert am besten unseren kanal drückt die glocke dann kriegt ihr nämlich immer eine info wenn wir neues video hochgeladen haben und von daher bedanke ich mich schon mal fürs zuschauen und wir sehen uns einfach wieder bei der nächsten folge bis zum nächsten mal